Wir hatten so viel Muckis, der Geld. Ist nicht mehr feierlich. Ich hab extra nicht geschlagen, wegen dem hier. Hab gewartet, dass du irgendwann mal weg gehst, aber bist du halt nicht. So, hoffentlich ist dein Leben für dich drin. Nee, okay. Nimm das Geld. Vielleicht kriegst du dein Leben. Nee, anscheinend nicht. Er ist ab 150 wieder. Ja, nimm. Äh, Gott. Was? Man muss auch sagen, der Max, den ich hab, der ist scheiße C. Der hat übles Kraft und ist extrem C. Hat halt keinerlei Technik. Das ist halt wirklich nur... Ja, aber die Technik bringt mir ja jetzt auch nicht so viel, wo ich das zum ersten Mal spiel. Ja, bei den Bossen bringt's mehr. Du bringst bei Bossen mehr. Ich bring bei Massenkämpfen mehr. Zack. Du bist der Filigrane, ich bin der Bud Spencer. Ah! Komm her, Schlampe! Ey! Nimm den Apfel! Ey! Nimm den Apfel! Ja, Gott! Ich muss ja erstmal an die andere Seite der Map hier. Ich komm auch gar nicht an sie ran, ich bin zu langsam. Da bist du zum Beispiel besser. Gegen die Tanten. Ich halte mich besser zurück. Auf geht's. Oh Gott! Geh mir weg! Und? Falls da Energie drin ist, schlag die Dinger mal auf. Äh, ich werde wieder von beiden Seiten! Nein! Diesmal hast du mich wirklich getötet. Ich sollte es doch machen! Diesmal hab ich doch... Ja, nee, du hast mich gegriffen, das ist schlimmer. Ich bin übrigens vollkommen tot. Erstes Game Over, ne? Wär schön, wenn du wieder mitmachen würdest. Ja, ich hab ja eigentlich. Ja, zwei Continues. Jetzt noch eins, ne? Das heißt, du hast noch 10 Leben. Okay. Nein! Nein! Nicht die! Nein! 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 Beste Gegner, ey! Beste Gegner! Warum? Das schaffen wir nicht! Wir werden Continues jetzt verbrauchen! Greif sie nicht! Mach alles, nur greif sie nicht! Oh, lol! Hört mich da raus! Big Go und Big Ben! Wir machen das aber gut! Kann sein, dass die leichter geworden sind? Ja, ein bisschen. Aber auch nur ein bisschen. Weil sie langsamer geworden sind. LOL! Ey! Ich war niemals! Ganz ehrlich! Ganz ehrlich! Lass mich los! Ja, ich versuche es ja, aber es ging nicht! Geht manchmal nicht, ne? Hatte ich auch! Ich mach grad die Combo! Ja! Aber der andere hätte dich angegriffen! Ich hab dir so... Nein! Ich hatte beide angegriffen! Hast du das nicht gesehen? Ich hab dir grad Schaden erspart! Guck's dir im Video an! Der eine hätte sich grad gelockert! Wie viel Schaden die machen! Ah, Gott! Sind die jetzt auch mal tot? Die nicht! Alter, was? Gib mir eine Bankpfeife! Ich lieg am Boden! Der eine ist weg! Das hast du gut gemacht! Ja! Vor allem, man kann jetzt einfach drüber springen über die Flammen! Das ist das traumhafte! Was zur Hölle! Ja! Das ist so eine Art Aufzugs-Sektion wieder! Aufzüge waren nicht das Problem, solange die Fetten nicht kommen! Also für diese Aufzugsse... Nein! Für diese Aufzugs-Sektion ist der Skate richtig scheiße, würde ich sagen! Ja, da ist Max besser! Ah! Dafür warst du grad für die Fetten besser! Ich konnte nichts bei den Fetten machen! Sack! Also, wir ergänzen uns ziemlich gut! Bei den Szenen ziehe ich dich halt durch und bei Bossen ziehst du mich durch! Auf geht's! Komm! Ey, ich hab... Ah! Ich will dir immer nur helfen! Ich denk immer, dass du stehst in einer Menge und springst rein! Und immer wenn ich am Springen bin, weil er so langsam ist, bist du schon längst fertig und dann hau ich nur noch dich! Ja, okay, ich bin... Was? Ich lebe noch! Yes! Was? Oh man, ey! Lass ihn in Ruhe! Ah nein! Ich lebe noch! Ich lebe noch! Ich hab keinen Schutz! Aber nicht mehr lang! War das nicht geil? Den hat's gelegt! Ah, ich lebe noch! Ah, wuhu! T-Pain! Nein, lass den in Ruhe! Ich bin tot! Ich kann da nichts machen! Ich auch! Nein! Was war das denn?! Was war das denn?! Was war das denn?! Groundhoffing! Was soll das?! Ich kann nicht reißen mit denen springen! Oh Gott! Michael! Ahhhh! Wie viele von diesen Yoda-Meistern... Yoda? Beschicken die einem eigentlich noch? Das sind Hakurus und Hakuyus! Bam! Guck dir diesen Move an, ey! Dann befreie mich! Hab ich doch! Ich geh! Ist egal, ob der Ring liegt! War ich tot! Bah, Mann, Kattenschlag! War's das jetzt auch mal langsam? Letztes Leben und so, you know? Du hast ja noch zwei Continues! Ja... Oh, ich bin in der Arena, oder was? Ah, bacon, bacon! Gib mir den... Ich will den bacon! Kein! Ich will auch rein! Gut! Ja, hau mich erst mal! Eigentlich ist das mein Ding! Wrestler gegen Wrestler! Jaaa, solltest du auch machen! Telefon! Telefon! Bam! Entschuldige, wenn ich dich mittreffe! Ach Gott! Mach es! Mach es! Mach es! Mach ich auch! Du musst dich nur von ihm fernhalten! Ja, ich versuche es ja! Ja, ich versuche es ja! Oh Gott! Scheiße! Nein! Schnell weg! Rette mich! Rette mich! Rette mich! Rette mich! Guck auf mein Leben! Aber wir müssen nicht wieder drauf gehen! Come on, ey! Es tut mir leid! Oh Gott! Immerhin habe ich wieder ein Leben geschenkt bekommen! Jupp! Und das Leben höre ich wieder voll zum Glück! Oh, stay tuned schon! Geht schnell! So! Oh nein! Rohre! Ja, gib mir das Rohr! Auf geht's! Haben wir noch Leute? Oh! Geht weg von mir! Aber es ist echt interessant, dass die Charaktere so grundverschieden sind! Weißt du nicht, dass sie nur so ein paar verschiedene Schlagtechniken haben? Sondern dass sie auf grundverschiedene... Nein! ...Typen ausgelegt sind! Okay, ich habe ein Rohr! Ich habe ein Rohr! Der hat keine Chance! Ich habe ein Rohr! Er hat keine Chance! Halt du dich nur von dem Fett entfernen! Ich mache hart tot! Scheiße! Geht da weg! Geht da weg! Krabbt das gerade irgendwie On the phone oder so Anscheinend Dann übernehme ich das hier Aber wenigstens spielt er noch mit Ich hoffe er spielt noch Anständig mit Garam Krabbt da wo bist du Wo ist Krabbt da hin Krabbt da Moment ich mach mal Pause Eine Aufnahmepause Bis gleich So und dann sind wir dann auch schon wieder Weiter geht's Krabbt da war gerade eben Masturbieren Musste sein Natürlich natürlich Nein Telefon Mal keulen Alter Die gehen immer in die toten Winkel Kennst du das Ja Scheiß Kung Fu Master Kung Fu Master sind eigentlich gar nicht so schlimm Du musst Die heißen Biatch Nee Biacko Du musst die nur aus der Luft angeln Im Nahkampf darfst du nicht mit denen kämpfen Oh ich brauche Aber die kontern auch meine Luftangriffe Braucht dringend ein Bacon What the hell Was ist das denn Kommt der aus dem Kommt der aus der Luft Und macht die einfach mal platt Lol Noch so ein Barmann Alter sind wir bei Streetfighter oder was Mein Gott Ein Bacon Muss ihn nehmen Nein Wieso kann ich den Bacon nicht nehmen So Alter ich bin gleich schon wieder tot Ich stehe die ganze Zeit Da nimm den Bacon Nein Es ist voll die Horde Rennen Ey wie die mich zusammenschlagen Ja mich die ganze Zeit auch Ich hab deswegen schon Leben verloren Und tot Alter Was ist das denn hier für ne übelste Combo Was sie hier abziehen Ja ist übel ne Fuck Ich wollte dich nicht greifen Autsch Bauer Bleiben, Bleche und Pannen Alter Lass ihn in Ruhe Ach Gott Oh Gott Nein Er hat größere Reichweite Ey Lass ihn in Ruhe Nein Er ist tot Und ich auch Wie geht das weiter hier Du musst die ganze Zeit Angriff und Continue Äh ich bin Axel Was zur Hölle Was Scheiße Okay Okay ich bin Axel Wow was kann der denn Ich hoffe das wird uns jetzt nicht in Verlegenheit bringen Tiger Apocat Tiger Apocat Wieso kann der jetzt den Falcon Punch ey Er ist aber geil siehst du das hier Was zur Hölle Er ist voll übel Komm her Und noch ein Schlag Er ist auch nicht schlecht Axel ist nicht schlecht Also sehen wir wenigstens den Hauptdarsteller eigentlich auch mal zu sehen Katana Katana Komm Dann mach ich mal Aber Axel Axel geht gut ab Nein Nein nicht die Oh Gott Nein Ich hab so wenig Angriffsreichweite Das ist mein Problem Ich jetzt auch Das war so geil Oh Gott Okay der tötet mich dieser Typ Komm her nir wicked D D D D D